ARD Text im Auftrag von Funk Kannst du Arme reinflashen? Yo, brother Was ist das? Was ist das? WTF Laying down with smoke Yo I'm flashed, I'm flashed One of us is close, angle Oh, I was flashed I pre-fired that guy I saw that I don't let, I don't let now I'm here to save you SHUT UP Ah, ICT Two of them timed out There are only three people left What? They timed out at the same time Three people timed out at the same time What the fuck There's no one left HK One more, one more I don't know what the fuck Let's take some weapons guys What the fuck What the fuck And then main What the fuck What the fuck Ey Mike, Mike, come here Come here, schnell, schnell, schnell Set sich hin Nein Ey, das ist ein B-Stack, ne? Das ist ein B-Stack Nimm mal die Bomber-Kombe Einer Loa Loa könnte der gewesen sein Das Typ hat gecheatet Kurz Nein, was hat der gecheatet? Was, gecheatet? LOL Eeeh Eeeh I Eeeh 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 I'm scared Eeeh 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 Lass mich! Das ist ne Zeit, da. Wir gehen. Ich kann die Dive! Please! Loll! Ich bin der Auto, was du jetzt in der Zeit hast! Oh, ich hab mich angegelt! Oh, ich hab mich angegelt! Oh, ich hab mich angegelt! Warte mal, ruhig! Lass mich, lass mich, lass mich! Nein! Wir müssen auch noch einen Track machen, bevor wir hier reinhauen. Sehr schön, ich habe einen M4P. Ich habe einen FMS. Ja! Du kannst es spielen, ich kann den FMS spielen. Oh, du spielst R8 nur? Ja! Okay. Er ist... Er ist wunderschön, wo die Gäste gehen. Oh, ich fahle. Minus 54. Toxic. Er springt hoch! Jetzt aber wo? Nein! Er ist hier. Im Sandsack. Im Sandsack, ja. Warum liegt noch ein Problem? Das war klar, ne? Im Sandsack. Genau, das war los. Nein! Lass mal alle bitte Mitte reinnehmen oder sowas. Der Typ, der wird auf 100 Pro mit der Deal anlegen. Nein! Einer ist, keine Ahnung. Auf der 6 wieder. 1-2-Dies. We Watson, nein. Einer ist auf 1-2-9-1-2-9-1-2-9-1-2-1-3-3-4-0. Ja, da sind sie auf der 1-2-1-3-5-1-2-1-3-1. So was sehe ich halt echt in den YouTube-Videos und dann jedes Mal, wenn ich zugucke, passiert so was bei Moviebanker. Oh, das ist du, Idiot! Was? Graue Haare! Das ist bald deine Runde! Das fehlt dir! Nein! Fuck off! Ach, guck's dir an. Der ist bei mir, hier. Wenn ihr damit rechnet, dann deinstalliert ihr euch das Spiel. Ich bin halt von Supreme... Oh, die haben 3 AWP's. Ja, ich... Wieder rausgeschossen! Rechts close, rechts close. Oh mein Gott, der schießt mich jetzt. Wo ist denn der? Ja, hier. Oh mein Gott! Ohlala! Ne, er hat einen Acker gepickt und wieder B ausrufen. Woah! Okay, weg! Aha! WTF! Ich kann die Serie nicht spielen wegen dem Moviehack. Ich kann die Serie nicht spielen sehen, we könnten die Ere drauf geben. Wie viel zu See walk? Wof, das ist ein Schluck. Ich kann die Serie nur direkt rein, das, als ich es is. Ich kann das dritte nachdenken, kommen, was zu denken. Ich hab mir auf das Licht, jetzt mal bedenken. Aber ich habe mich mit seinem Geben zur Verfügung.